gut ich glaube wir beginnen einfach hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten aufnahme zu einem co-op let's play wir spielen auch schwierig wir spielen alle missionen durch ich bin schlecht schnauze halten mit dabei ist kinky walrus alias max ha ha du bist der scheiß mg man oder nicht präzision hoch tausend kann man das hier auch tauschen ich habe sowieso das kennst du doch noch mal die ganzen barrikaden kann man kaputt machen so für unsere zuschauer die da hoffentlich zuschauen werden auch scheiße aufgenommen wird aus meiner sicht ich könnte es nicht vorstellen aber ich hab's jetzt mal für dich gemacht ja das ist gar kein problem das ist ja echt ähre oh da sind aber schon eine menge tot da man ich bin nicht und ich bin nicht und er was will ich sagen und tätig geworden ja ist ja nicht tot doch der ist tot das ist ja nicht elektroner steht er wieder ganz normal da ja musst du den meistens paar schüsse mehr verpassen panzer oh fuck nicht das naja es wackelt irgendwie komisch ähm ja mit du weißt schon wie eine champion draus muss oder mit zwei mit zwei oh das wusste ich nicht äh dann fang mal an schießen junge ich bin tot du bist so ein opfer ey würdest du nicht weg bewegen so warte mal warte ja du lebst wieder das nächste mal ist der panzer weg? ja der panzer ist weg so weiter gehts ach und nur so zum sagen du kannst mich dann auch töten also schieß nicht auf mich ja ja das weiß ich ja noch vom letzten mal wir haben schon mal koop gezockt? natürlich haben wir schon mal koop gezockt nachladen ok das muss aber schon lange her sein oder? ähm ich würd sagen du hast es verdrängt weil er wieder übert schlecht war zum Beispiel ich übert schlecht war und sehr oft gestorben bin ich glaub ich bin wegen dir gestorben hab ich so das Gefühl ja natürlich also als du mich wieder blieben solltest bist du glaub ich gestorben kontakt westseite westseite? oh das kommt von links die kommt von links west coast nigga also wohl granate komm sterben glaub da kommt jetzt ein jeep war das nicht so? äh ne da kommt auch ein tag oh da oben auf dem dach sind ein paar oh fuck welches dach? ja da rechts oben auf dem dach ich kümmere mich da oh oh ich bin tot äh ja ich habe eine rakete getroffen ok ja ich weiß das ist die die Näcke köse dach position oh 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 ich übernehme den da auf dem Dach ne have weis ich nicht ich hab nur mit den Macher gekriegt er gleich aber tot ok einen habe ich da oben ich glaub das war Snow oder autostrali nein das war es nicht ey diese Waffe rauch in diesem scheiß Akut史 die aufs übelste alter dann kannst du sights ach понимk Die kommen von unten hier, die wollen uns in den Popo ficken. Hast du? Sehr gut. Äh, was? Oh, 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 mich hat er auch mal erwischt. Äh, leg dich hin, leg dich hin, leg dich hin! Keine Sorge, Mann, ich bring dich hier raus! Scheiße, ich bin hier im Panzer. So, okay, da ist ein Tank, oder? Ah, das ist so richtig. Äh... Oh, nee, ey. Oh, mich hat er erwischt, leg dich hin und verlieg mich mal wieder. Wir haben ein kleines Problem, Junge. Fahrzeug zerstört? Oh, perfekt. Nee, nicht das Fahrzeug. Warte, ich geh mal ein bisschen weiter weg und versuch den... Oh, 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 mit der Charly wegzubeißen. Funktioniert bei mir nicht, ich kann Charly nicht anwenden, Alter. Oh, Mann. Jo, ein Jumlin ist raus. Mach doch! Oh, oh, perfekt, Junge, fast. Verarschknapp, Alter. Der, der steht immer noch, Alter. Alter? Nee, jetzt ist er weg. Endlich. Einer Fresser. Ist, ist extrem schwierig hier, ne? Ja. Ist er tot? Ich glaub nicht, der liegt da noch. Äh, der liegt aber extrem für mich. Okay, nehm Munition mit. Das ist meine Granate gewesen. Dort kommt wieder ein Panzer, oder? Äh, ja, es kommt auch wieder ein Panzer, aber zuerst gehen wir mal dort hin. Ähm, kommen die wieder von vorne, könnte es sein? Weiß ich nicht. Ja, die kommen wieder von vorne, scheiße. Ich glaub dir nur hinterher wie so ein Idiot. Ah, da ist ein Tank. Oh, what the hell. Ah, Charly, Charly. Einer ist unterwegs, braucht noch einen Zweiter. Hast du? Ja. Ich werde beschossen. Ich werde beschossen, ja. Ich weiß, dass ich beschossen werde, danke. Oh, danke Junge. Du hast mir gerade den scheiß Arsch gerettet. Erinnert mich ein bisschen an Aftermath, hier. Wie bitte? Erinnert mich ein bisschen an Aftermath, hier. Ja, das kann sein. Obwohl wir Aftermath noch nie gespielt haben, müssen wir erwähnen. Oh, ne, die haben meine sonstige gekauft gemacht. Hast du die Trailer nicht gesehen? Hast du Spiele? In-game-Trailer? Ja, die hab ich ja gesehen, klar. Eben. Ist schon extrem zu hoch, ein bisschen aufgeraht. Oh, schon wieder Tank. Anvisieren. Erster Chamberlain ist unterwegs. Ich hab keine Mut mehr. Das heißt, der hat Rauch gemacht oder auch immer, alter. Ähm, anvisieren, anvisieren. Jo, meine geht's. Seit Chamberlain unterwegs, okay. Passt du schon, perfekt. Oh, fuck. Alter. Alter. Oh, mich hat's erwischt. Komm schnell, komm schnell. Stirb nicht. Nein! Nein! Alter, wir haben verkackt. Mission Geschader. Alter. Wir uns aufzeigen. Werst du jetzt?